Vom Museum. Wollen wir ins Museum gehen? Nö. Ist doch voll langweilig. Da gibt es nur Bilder. Komm schon. Oh, Mann. Nur deinem Weg. Guck mal, die Bilder sind voll schön. Bilder? Schön? Oh Gott, ich wäre lieber ins Schwimmart gegangen. Hey, hey, hey. Aber das ist schön. Schön? Oh, Kleines. Warum weinst du denn? Was ist denn los? Meine Freundin war schon... Lass uns doch mal auf der Männchen-Tonette gucken. Okay. Hier, bitte. Mia, bist du da? Okay, doch nicht. Was machst du denn da? Oh, es ist so cool hier. Hm, das ist so traurig. Das kleine Schätzchen ist im Bild. Naja, aber sie ist ja nicht weg. Zum Glück konnten wir das Bild kaufen. Danke nochmal. Oh, Freunde, ich bin total wieder bei dir zu sein. Ich muss dir was sagen. Es gibt ein Geheim... Ich habe einen Knopf gefunden. Es gibt einen Geheimgang. Wir können immer schwänzen, wenn wir wollen. Gute Idee. Ja, oder? Ende. Ende. Was ist die nächste Woche? Ja, oder? Ich habe einen Geheimgang. Ich habe einen Geheimgang. Ich habe einen Geheimgang.